Bohnen, Bohnensalat, das ist ich auch sehr gerne, das ist so mein Liebungsgericht, das hat mir auch Kraft gegeben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ein wunderbarer Tag, super Wetter, super Stimmung, gut 50 Fahrer, die teilgenommen haben. Voll Erfolg. Und ja, es hat einfach nur Spass gemacht. Wir haben alle gesehen, alle wieder mal. Wir sind da gewesen. Super Stimmung. Das Level war sehr gut. Wir haben mega viele Junge, die stark fahren. Also gut ab. Und ja, glücklich, dass ich da vorne mitfahren konnte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben einfach gewonnen, die Glacier 3000 Contest. So, ich bin super glücklich. Wir haben wirklich gut hier. Der Park ist Spaß. Die Jungs sind ziemlich klein, aber es ist super glücklich. So, ich bin wirklich glücklich. Und danke. Ihnen! I Denver was in der ersten Reis. Und ich bin wirklich glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Und ich bin wirklich glücklich. Das war's für heute. Und wir haben viele. Und ich bin wirklich glücklich. Und ich bin wirklich glücklich. Und ich bin hier. Vielen Dank.